Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Final Fantasy 15 A New Imperial. Ich habe das Spiel gerade runtergeladen, meinen letzten Stand rausgesucht und da sind wir schon. Vollbild kurz machen. So. Normalerweise mag ich ja Final Fantasy, aber das Spiel ist nicht so, was ich gut finde. Die mich jetzt, äh, die das Spiel, die mich kennen, die wissen, dass ich wieso nicht solche Spiele gerne mag. Das ist ja, man baut hier seine Basis auf. Man baut hier Basis auf. Später ist dann hier in dem Bereich. Du kannst ja Monster und sowas besiegen. Aber auch, du wirst angegriffen von anderen Leuten. So wie hier, da greift irgendjemand, bestimmt irgendjemanden an. Keine Lust da jetzt hinterher zu laufen, also die Linie zu verfolgen. Solche Spiele liegen mir nicht so. Aber wir müssen ja die 10 Muten rumkriegen. Okay. Der Ball mehr, ist mein Heer. Das ist doch schön bei den Spielen oder bei solchen Spielen, ein Anfang gehen die immer so schön schnell, dann hast du schon deine Basis aufgebaut. Es gibt bei mir zwar ein Spiel, aber es gibt bei mir zwar ein Spiel, aber es gibt bei mir zwar ein Spiel, so ein Spiel, was hier gerade ist, was ich gerade sehr viel spiele, das ist Stellage. Da habe ich halt letztes Mal das Video wieder von gemacht, bin ich in der Gilda eingetreten und da bin ich eigentlich schon ziemlich weit. Naja, das ist ziemlich weit. Die schon länger spielen werden wahrscheinlich, ich bin da noch am Anfang. Weil ich bin da glaube ich erst Level, was war das? Level 10 oder Level 9? Okay. Okay. Ich bin da noch schon bereits. Krieger produzieren. Ausbilden. Das ist so. In der Stelle. Verteidigung. Werteidigung. Noch nicht. Hm? Ach, ich habe gerade keine... Ja, jetzt. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Stufe 4. Ah, ja. Ach, ja. Keine Ressourcen mehr. Schon, was ich hier noch kriege. Ach, ja. 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 So, jetzt müsste auch das Spiel normalerweise die 10 Minuten vorbei sein. Wenn wir jetzt die hier noch ausbilden. Batak. Du musst für die Suche mindestens 3 Zeichen eingeben. Waren das keine 3 Zeichen? Batak. 1, 2, 3, 4, 5. Batak. Ich meine, ich hätte damals, wo ich das Spiel schon mal gespielt hatte. Mit dem größeren Account, den ich da hatte. Ähm. Eine Dingens. Eine Gilde. 25. Eieieiei. Eine Durchsuche würde ganz schön dauern. Nehmen wir einfach hier die letzte. Da. Bewerben. 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 Beitreten. Okay. Einfach beigetreten. Red Dog. Red Dog. Vergeben. Red Dog. Red Dog. Red Dog. Red Dog. Vergeben. Okay. Red Dog. New York. Red Dog. Red Dog. Red Dog. Das war's für heute. Das nervt. Ach, die ist grad am Ausbauen. Ja. Muss ich sowieso warten. Sowieso warten. Dann krieg ich noch mal die hier. Alle eins haben. Dann krieg ich noch mal ein bisschen Ressourcen wieder. Schönen. Hinweis. Hier sind die German White Angels. Okay. 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 Und da haben wir auch nichts wünschen. Ich hab keine Ressourcen mehr. 10.000, was bräuchte ich. Okay. Dann holen wir das. Ja. Na gut. Dann halt so. Ja. 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 ja gut ich würde mal sagen das war's für heute kommt auch schon die werbung gut dann schließe ich das spiel mal holen mein ticket ab und dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal dabei seid bis dann wünsche ich viel spaß und auf wiedersehen